. 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 Und dann bin ich, Kathi und du allein von New York in die Schweiz geflogen. Du warst von Dorin Trang, hast dir geschaut wie am Spiess. Niemand hat auf uns richtig geschaut. Es war Winter, wir hatten nicht die richtigen Kleider. Wir hatten nichts. Wir wussten nicht, wohin. Ich bin nicht der Vater, den du dir vorstellst. Nein. Und dann bin ich mit dem Köfferchen in das Haus und die Tür ist zu. Und dann bist du weg. Wir müssen aufnehmen, aber doch, dass wir immer voneinander da sind.